Fünfmal am Tag betet Kai Lühr Richtung Mekka. Der islamische Gebetsritus ist fest in seinen Tagesablauf integriert. Doch das war nicht immer so. Der 46-jährige Arzt wurde christlich erzogen, konnte sich Gott aber nie als Dreieinigkeit bestehend aus Vater, Sohn und Heiligem Geist vorstellen. In Gesprächen mit Muslimen kam er dann dem Islam näher und ist konvertiert. Der Islam war die erste Religion, die für mich eine eindeutige, logische Erklärung des Göttlichen hat. Islam heißt ja Hingabe unter den einen Gott. Und Muslim heißt, diesem Gott zu dienen. Kai Lühr ist nicht alleine. Wie das Islamarchiv unter Leitung von Salim Abdullah herausfand, sind im vergangenen Jahr etwa 4000 Menschen in Deutschland zum Islam übergetreten. Deutlich mehr als sonst. Die Motivation zum Übertritt ist eben doch, dass dieser eine Gott klare Anweisungen für das Leben gegeben hat. In dieser Zeit, wo alles wieder durcheinander geht, ist das doch für viele Leute eine gute Perspektive. Im Zentrum des Islam steht der Koran. Er ist Gottes eigenes Wort. Die Heilige Schrift teilt das Leben klar in Verbote und Gebote, denen jeder Muslim in jeder Lebenssituation unbedingt Folge zu leisten hat. Radikalen Islamisten dient der Koran oft als Rechtfertigung für Terror und Gewalt. Die Frage ist nur, wie eng er ausgelegt wird. Leider ist es so, dass in allen Religionen politische Ziele oder Machtziele, persönliche Ziele manchmal in den Vordergrund gestellt werden. Und die Menschen, die den Islam vor einen gewalttätigen Akt stellen, in welcher Form auch immer, gelten im Islam auch nicht als Muslime. Regelmäßig besucht Kai Lühr die Freitagsgebete der Abu Bakr-Moschee. Hier hat man sich bereits auf die deutschen Muslime eingestellt. Ich halte meine Rede in der Abu Bakr-Moschee in Deutsch, sowohl in Arabisch, weil viele Muslime, die hier zum Freitagsgebet kommen, nicht die arabische Sprache verstehen. Manche sind Türken, manche sind ursprünglich Deutsche, die den Islam übernommen haben, die viel mehr Deutschsprache verstehen als die arabische Sprache. Männer und Frauen beten immer getrennt voneinander. So will es der Islam, der bis ins Detail alle Lebensbereiche reglementiert. Muslime sollten zum Beispiel kein Lotto spielen und Männer nur Silberschmuck tragen, da Gold den Frauen vorbehalten ist. In dem strengen Regelwerk sieht die westliche Welt Gründe für die Rückständigkeit des Islam. Für Konvertiten wie für gebürtige Muslime sind die vielen Gebote allerdings wichtig, denn ihre Einhaltung erleichtert den Weg ins Paradies. Auch Kai Lühr hält sich an die klaren Regeln. Er fastet zu Ramadan, isst kein Schweinefleisch und verzichtet auf Alkohol. Die Anweisungen waren für ihn aber nicht immer leicht einzuhalten. Ich bin Weindiebhaber und habe auch ganz viele Flaschen Wein im Keller gehabt und habe immer gerne guten Tropfen genossen. Und davon mich zu trennen, dafür habe ich erst mal zwei Jahre gebraucht. Einige christliche Freunde hatten anfangs Probleme, seinen Übertritt zu akzeptieren. Doch inzwischen hat Kai Lühr beides, christliche wie muslimische Freunde. Ich bin Weindiebhaber und bin Weindiebhaber. Joens. Ich bin Weindiebhaber und bin Weindiebhaber.